Vielen, vielen Dank. Ich glaube, bei uns ist es so, dass wir so viel arbeiten, dass wir manchmal gar nicht merken, wie gut das vielleicht ist. Vor allem bei uns, Handwerksbetrieb im Niedriglohn, der erste Dank geht an das Team, wo leider eigentlich keiner mehr hier sein kann, weil entweder arbeiten die Leute gerade oder sie schlafen, weil sie morgens um drei wieder aufstehen. Also bitte zeigt Respekt und Dank den Reinigungskräften. Clara Grün lebt, glaube ich, nicht von der Idee, sondern von den Menschen, die es möglich machen. Vielen Dank. Vielen Dank.